jetzt kurz mal kommen wir seit so sieben schiiten hier wer liebt doch die ahlung natürlich darfst du fragt alles was du möchtest hat doch gesagt ich hinterlasse euch zwei schwerwiegende dinge koran und ahlung bestimmt und mit diese mit diese zwei sachen lebt er doch ne allah subhanahu wa ta'ala hat letzten fels am einem freitag offenbart also religion jetzt meine frage so am welchen tag wurde der koran herab gesandt nicht google ich höre die tastaturen am welchen dann ja 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 ja